Mittels Drag & Drop können Sie auf einfache Art und Weise alles in Ihren Song einbinden, was Sie benötigen. Mit dieser Technik können alle wichtigen Operationen ausgeführt werden. In den nächsten Minuten werden Sie erleben, wie man mit einer einfachen Bewegung Audio-Files und Loops in einen Song einbindet, neue Audio- und Instrumentenspuren anlegt, Effekt-Plugins hinzufügt oder entfernt, Parts bewegt und kopiert, MIDI-Files importiert sowie komplette Effektketten lädt. All das funktioniert durch einfaches Drag & Drop. Somit können Sie ohne lange Einarbeitungszeit direkt mit Ihrem Projekt in Studio One beginnen. Zu Beginn finden Sie alles, was Sie brauchen an einem gemeinsamen Ort, dem Browser auf der rechten Seite des Bildschirmfensters. Hier findet sich alles Benötigte in den entsprechenden Ordnern. Alternativ können Sie aber auch die Funktionstasten Ihrer Tastatur benutzen. Der Browser selbst öffnet sich mit F5, F6 öffnet den Instrumenten-Folder, F7 den Effekt-Folder, F8 führt Sie zur mitgelieferten Sound-Bibliothek, während F9 den Files-Ordner öffnet. Mit diesem Ordner haben Sie Zugang zu jedem einzelnen File auf Ihrem Computer. Dieser Ordner bietet sich an, wenn man Files aus dem Song in den Browser zieht oder Loops, MIDI-Files und Sound-Presets exportieren möchte. F10 schließlich öffnet den Audio-Pool. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Audio-Files des Songs, an dem Sie gerade arbeiten. Lassen Sie uns mit einem neuen Song beginnen. Als erstes suchen wir einen passenden Loop und ziehen ihn in unseren Song. Wir nehmen hierzu einen einfachen Drum-Loop. Mittels Doppelklick können wir diesen direkt im Browser vorhören. Alle weiteren Loops können dann durch einen einfachen Klick abgespielt werden. Wenn wir einen passenden Loop gefunden haben, ziehen wir ein einfach mittels Drag-and-Drop in das Arrange-Fenster. Eine entsprechende Audiospur wird automatisch angelegt. Ok, wir haben das Schlagzeug. Jetzt benötigen wir noch einen Bass. Um ein Instrument hinzuzufügen, drücken wir F6. Nun wird eine Liste aller Instrumente angezeigt. Wir entscheiden uns für ein Bass-Preset aus dem Ordner Mojito. Dieses Preset können wir nun an eine beliebige Stelle im Arrange-Fenster ziehen. Wieder wird eine entsprechende Instrumentenspur automatisch erzeugt. Gleichzeitig wird das von uns gewählte Bass-Preset geladen. Wir können direkt anfangen, auf Mojito zu spielen. Falls Sie doch ein anderes Preset benutzen möchten, doppelklicken Sie einfach auf ein beliebiges Mojito-Preset im Browser und Sie erhalten umgehend Ihren neuen Sound. Dieser Moment ist gut geeignet, um ein passendes MIDI-File zu laden. Die MIDI-Files können, genau wie die Loops, durch einen Doppelklick im Browser vorgehört werden. Gut, wir haben ein passendes MIDI-File gefunden. Aber was ist, wenn mir das Instrument nicht gefällt? Kein Problem. Das Austauschen eines Instruments ist so einfach wie das Platzieren eines Instruments oder Instrumenten-Presets. Nämlich durch einfaches Ziehen auf eine beliebige Stelle der belegten Instrumentenspur. Somit haben wir Mojito durch Presence ersetzt. Wir müssen nicht erst das alte Instrument löschen. Auch mein gewählter MIDI-Part bleibt erhalten. Durch ein einfaches Drag-and-Drop haben wir so mehrere Arbeitsschritte gespart. Nachdem Schlagzeug und Bass platziert sind, wollen wir nun unsere einzelnen Parts mit Effekten versehen. Zunächst legen wir einen Kompressor auf das Schlagzeug. Mittels F7 öffnen wir den Effekt-Ordner im Browser und ziehen einen Kompressor auf unsere Schlagzeugspur. Der Effekt steht sofort zur Verfügung. Nochmal, wir können den Kompressor auf jede beliebige Stelle unserer Schlagzeugspur ziehen. Studio One wurde für einfache und effiziente Arbeit entwickelt. Übrigens, wir haben immer die Wahl, die Ausgangseinstellung unseres Effekts oder ein spezielleres Preset zu verwenden. Beides funktioniert per Drag-and-Drop. Außerdem haben wir für alle Effekte die Möglichkeit, unsere Lieblingseinstellungen als eigenes Ausgangs-Preset zu speichern, so dass es direkt nach dem Öffnen zur Verfügung steht. Somit sparen wir wieder Zeit und können uns ganz auf den kreativen Prozess konzentrieren. Das Hinzufügen eines Effekts oder eines Instruments sollte nicht in einer Art Geschicklichkeitsspiel ausarten, bei dem man kleine Ziele treffen muss. Daher gibt es bei Studio One ausreichend Platz, um den gewünschten Effekt zu platzieren. Somit kann man schnell und effektiv arbeiten. Der kreative Fluss während einer Session wird nicht unterbrochen. Mit F3 öffnen wir den Mixer. Auch hier können wir durch einfaches Drag-and-Drop Effekte zufügen. Möchte ich beispielsweise auch einen Kompressor auf meinem Bass, so kann ich einfach den vorhandenen Kompressor der Schlagzeugspur auf den Basskanal ziehen. Er wird automatisch eingefügt. Nun können wir noch die Einstellungen ändern oder ein anderes Preset laden. Fertig. Es geht tatsächlich so schnell und so einfach. Zum Schluss wollen wir noch einen Gitarren-Part in unseren Song integrieren, um eine weitere Drag-and-Drop-Operation kennenzulernen. Hier kommt eine komplette Effektkette zum Einsatz. In unserem Browser befindet sich ein Ordner, in dem jede Art von Effektkette gespeichert werden kann, die wir für spezielle Sounds oder Instrumente benutzen möchten. In diesem Fall benutzen wir eine bereits abgelegte Effektkette für E-Gitarre. Mittels Drag-and-Drop können wir die komplette Effektkette mit einer einzigen Bewegung direkt auf unsere Gitarrenspur ziehen. Wir haben ebenso die Möglichkeit, eine Videodatei in unseren Song zu ziehen und dann die Tonspur des Videos auf eine eigene Audiospur zu legen. Einfach mit Hilfe des Extract Audio Buttons. Dadurch wird die Tonspur des Videos extrahiert, ein neuer Audiotrack erzeugt und die Tonspur dort abgelegt. Betrachten wir uns noch einmal den Mixer. Hier können wir komplette Effektketten von einer Spur zur nächsten kopieren, genauso wie Einzeleffekte. Nun wissen Sie, wie Drag-and-Drop in Studio One funktioniert. Herzlichen Glückwunsch! Sie können Studio One bedienen.